Übermorgen. Übermorgen ist der Tag, der auf morgen folgt. Also der heutige Tag ist heute, morgen ist der Tag nach heute und übermorgen ist der Tag nach morgen. Also zwei Tage von heute ist übermorgen. Manchmal kann es helfen, Dinge auf übermorgen zu verschieben, aber dafür einen festen Zeitraum zu nehmen, Zeitpunkt zu nehmen. Es gibt ja das Sprichwort, verschiebe nie auf morgen, was du heute kannst besorgen. Das gilt aber nur begrenzt. Du kannst nicht alles heute machen und oft ist morgen schon verplant, aber übermorgen findest du vielleicht eher Zeit. Manchmal kann man sagen, wichtige Dinge kannst du gleich in der nächsten Woche oder in zwei Wochen machen. Oder wenn du mit jemandem einen Termin machen willst, der beschäftigt ist, geht es selten heute oder morgen. Manchmal geht es übermorgen und sicherlich geht es in zwei bis acht Wochen oder in zwei bis drei Monaten.